So, ich werde nicht lang rumschnacken, wir machen gleich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wenn ihr wissen wollt, was vorher passiert ist, schaut einfach in die Folge davor und in die Folgen davor. Lohnt sich. Also, weiter im Text. War schlimm, letzte Folge, weiter geht's. Also, auf geht's. Wir sind auf dem Jahrmarkt, wie es aussieht, und hier sind schon die beiden kleinen Racker. Aber ich will dich, blöde Ding, nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John. Mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen. Fair und gerecht. Oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen. Nur weil er vor mir dran war. Hihi. Schon okay. Du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöse. Blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt. Wir schauen mal, was es dort drüben gibt. Ich bin kein Hefeklöse. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklöse. Du blassst doch. Du blassst doch nur. Du blassst doch nur. Ach ja. Der Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden. Und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott. Kommt ihr zwei. Ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Na, wo sind sie denn jetzt hingelaufen? Die müssen doch hier irgendwo sein. Ha. Es werden drei Memory Links benötigt. Aber wo kriege ich die denn jetzt her? Willkommen. Ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an ein Müllrad geklebt. Ist mir total egal. Weiter im Text. Ah, hier. Früchte. Frische Früchte. Äpfel, Orangen, Tomaten. Wir haben alles. Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Äh, doch. Sind sie? Sie sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich. Tomaten? Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Hier gibt es dann auch nichts mehr. Hey, das ist Klopp den Maulwurf. Oh, hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und klopst auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dümmchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor First-Person-Shooter erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön Ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen die ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Preise gewinnen. Ja, 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 ja. Oh, nein. Maus benutzen. Hau mal drauf. Los, get it. Ja, das sind kleine, die sind auch ein bisschen wie kleine Pupstifte. Sind wir mal ehrlich. Wie Maulwürfe sieht das jetzt letztendlich nicht aus. Aber ist ja auch egal. Hier geht es ja um den Spaß. Ja, das macht Freude. Ein bisschen Maulwurf hauen. Kann nett sein, aber ist nicht essentiell wichtig. Und die Zeit ist um. Dann wollen wir mal sehen. Bei 45 gesichteten Zielen hast du 47 Mal zugeschlagen und dabei 42 Mal getroffen. Das ergibt 93 Prozent Trefferquote. Das ist neuer Rekord für dich. Schön. Habe ich was gerissen. Wenn mich das mal nicht freut. Keine Chance. Ich rede nicht mit ihr. Gut oder schlecht. Mir ging es so oder so an den Kragen. Gut, dann kann ich hier nicht viel machen. Wo kann ich denn noch hin? Hier runter? Ja. Hier geht es weiter. Hoffe ich. Gucken, was wir hier so finden. Nicht viel, wie mir scheint. Aber ich bleib dran. Oh doch, da. Da sind sie. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Die sind so sauer und eklig. Sauer und super. Das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nie mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß. Vielleicht kommst du ja auf den Geschmack. Genau. Nö. Bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay. Aber pass nur auf den Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir deine Tasche. Ich passe für dich drauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Dieses Kind. Ich sage euch, dieses Kind. Oh, ich habe alle Memory Links zusammen, wenn das mal nichts ist. So, dann mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Oh, Spielplatz. Es ist aber dunkel. Na, wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. Na, nö. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Dann schauen wir mal hinterher. Uh, was ist denn noch? Kleiner, ungezogener Bengel. Wow. Na, ja. Okay. Er hat den Weg verlassen und einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir mal ehrlich. Er hätte ebenso gut von einem Rudeltiger angefallen werden können. Tiger leben nicht in Rudeln, Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sterne gucken mitgenommen. Ja? Es gab einen Hügel außerhalb der Stadt, wo wir immer standen. Derselbe Hügel. Jedes Jahr. Wir schauten in die Sterne bis der Morgen der Matte. Nun ja, ich schaute hauptsächlich. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mom mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wegzubleiben. Wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa ihr jedes Mal, dass wir nur Zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll, aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gefasst die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgedriftet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schon sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen, verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Mhm. Heilige Sch... Ich hab dir doch gesagt, dass hier Tigerrudel herumstreuen. Hallo. Hallo. Warte. Bleib hier. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Du bist an meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige. Ich wollte mich hier nicht ganz allein ausbreiten. Ähm... Willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Oh, du? Oh, du? Du? Oh, du? Schau nur! Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh, äh, ich wusste es auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmars. Kein Fan von Menschenmengen? Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sage ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle drüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Äh, okay. Dann nicht. Tja, kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Hm? Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Hm. Es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal, den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie mit diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus. Aber das macht den einzelnen Stern kein bisschen weniger schön. Ja, vielleicht. Diese ganzen Sterne da oben. Was glaubst du sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige brennende Kugeln aus Gas. Ach, das denkt er sich nur aus. Warum sollte er mich anlügen? Weil, naja, das machen Erwachsene nun mal. Sie denken sich Sachen aus. Den Weihnachtsmann, den Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Andere Sachen schon, aber noch nie ein Hasen. Möchtest du einen machen? Klar. Machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Okay, von drei. Drei, zwei, eins und los. Ich sehe es. Äh, wo? Wo? Am Himmel. Ähm. Wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Ähm. Größer als all die anderen es tun. Ich verstehe nicht. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben. Stimmt's? Da sind zwei Löffel und der Kopf. Und weiter. Und da. Da. Da sind die beiden Füße. Ja. Was noch? Und. Und der Mond. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Die Sterne, meine ich. 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 Ich habe es noch nie jemandem erzählt, aber. Ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen. Die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow. Muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Ist aber nicht so. um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen. Und zu mir. Warum zu dir? Ich. Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Ich. 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 Klopp den Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich. 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 Kann es dir wirklich nicht sagen. Ich. 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 Schraiest du was? Behalt es. Es gehört jetzt dir. Ja ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben. Aber ich bin einfach die Nummer eins bei diesem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Jep, und du auch? Ja. Selber Ort, selbe Zeit? Ja. Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren? Dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder, Dummerchen. Genau auf dem Bauch des Hasens. Johnny! Komm! Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit. Du bist ungeschickt. Du bist ungeschickt. Kannst du das aus den Augen verlieren? Moment mal. Soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Ich hatte schon geglaubt, dass hier würde eine inspirierende Kindheitstraum-Geschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen draus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal. Du willst doch nicht etwa wirklich... Du willst das doch nicht etwa wirklich tun. Oder doch? Es ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal, Iva, nein! Iva? Ich will darüber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank.